Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm, nach längerer Zeit. Und zwar haben wir unsere Baureihe 612, die beiden Baureihe 612 von Pico, haben wir auf ESO-Sound umgerüstet. Den wollten wir euch heute vorstellen. Erst werden wir einzeln die Funktion rausstellen und dann werden wir im Tandem über die Anlage fahren. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Und dann werden wir im Tandem über die Anlage fahren. Und dann werden wir im Tandem über die Anlage fahren. Und dann werden wir im Tandem über die Anlage fahren. Und dann werden wir im Tandem über die Anlage fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Damen und Herren, auf Gleis 3 fährt ein, Regionalextress 57433 nach München-Hauptmannhof, Abfahrt um 4 Uhr 28, bitte Vorsicht bei der Abfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.